Das ist ganz toll, also ich freue mich auf jeden Tag, dass es einfach ganz viel bringt und man ganz viel lernt und es ist einfach ein gutes Gefühl, mehr kann ich gar nicht sagen. Also ich bin Hotelverfrau, arbeite auch in einem größeren Hotel, bilde dort Auszubildende aus mit und habe festgestellt, dass es bei einigen Auszubildenden zu Abbruch der Ausbildung kommt oder zu Schulverweigerungen und alle solche Dinge, also es ist nicht immer ganz einfach und ja, da Kinder und Jugendliche mir sehr am Herzen liegen, immer schon, habe ich dann einfach im Internet lange geschaut, was ich noch machen kann, auch für mich als Fortbildung oder so, bin dann hier drauf gestoßen. Das ist schwierig, weil ich finde die fast alle ganz toll und ich kann nicht so nicht sagen, ich glaube, jede Methode ist ganz toll, situationsbedingt dann. Das kennt ja jeder, man sitzt und denkt, hoffentlich ist bald Pause und jetzt wird es langweilig, man hört nicht mehr zu und das ist hier überhaupt nicht der Fall, also ganz im Gegenteil. man denkt abends, was, Tag schon wieder rum, ja, es ist alles interessant und kurzweilig und super. Wir sind da, oder? Wir sind zehn Jahre sechs Jahre und ich noch nicht genau aus dem Buchstaben. Wir sind die lange Sie auf dem Buchstaben, aber wir sind sehr, 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 sehr. Und das ist das, was ich meine, die Nase der Fall ist. Und dann bin ich spoil, also, bis wir uns bei uns auswril druhen, followers. Onblessch. Wir sind jetzt schon ganz, sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020